Bhagavad Gita, Vers 2.64 Erklärung Es wurde bereits erklärt, dass man die Sinne durch einen künstlichen Vorgang zwar oberflächlich kontrollieren kann, dass aber, solange die Sinne nicht im transzendalen Dienst des Herrn beschäftigt sind, immer die Möglichkeit besteht, wieder zurückzufallen. Auch wenn es so erscheinen mag, es befinde sich ein völlig Krishna-bewusster Mensch auf der sinnlichen Ebene, entspricht dies dennoch nicht den Tatsachen, denn aufgrund seines Krishna-Bewusstseins haftet er nicht an sinnlichen Aktivitäten. Der Krishna-bewusste Mensch hat nur ein Ziel, er will Krishna zufriedenstellen. Deshalb verhält er sich transzendental zu aller Anhaftung. Wenn Krishna es will, kann der Gottgeweihte alles tun, was normalerweise als unangenehm angesehen wird. Und wenn Krishna es nicht will, tut er nichts, was er normalerweise zu seiner eigenen Zufriedenstellung getan hätte. Er hat Handeln und Nicht-Handeln unter Kontrolle, da seine Handlungen unter der Führung Krishna stehen. Dieses Bewusstsein ist die grundlose Barmherzigkeit des Herrn, die der Gottgeweihte selbst dann erfahren kann, wenn er sich noch auf der sinnlichen Ebene befindet. Er Habs Das Bewusstsein ist die Gottgeweihe, der jenemischie, der Gottgeweihe, der jenemische Mittel ist. Sie werden jetzt das Bewusstsein, die er sich selbst mit seinen Eisenbaum befindet. er hat sich mit ihm ansehen. Vielen Dank.